eine yoga gruppe genau und jetzt der erstreckende hund oder oder der tanzende kranich das legest du nee das ist der nach oben guckende hund oder so ist er doch glaube ich ja dieses gelaber beim yoga geht mir einfach so konzentriert eure innere mitte jetzt auch auf ihren damen irgendwie sowas ne danke ach halt der maul ich bin ärmer dran so alle dicker sind das alles hier fixe okay ich habe jetzt gedacht ich habe ein problem okay ja probleme habe ich immer noch aber okay gleich bin ich wieder im kanal moment du bist ein du für ein fisch alter bist mein verschollener dummer bruder oder blockiert mich jetzt oder was okay langsam okay ich muss da lang moin laut katzenspuren braut machen die mir was ich wüsste nicht wie aber okay da ist der checkpoint kann ich jetzt nicht einfach irgendwie komplett durch rollen irgendwie bis zum meer ja da guckst du doof ne ja komm sterb halt mensch hat obwohl sich hier jetzt lungen entwickeln oder was verpiss dich raus aus deinem glas so die ecke hammer so darüber ja komm schon kommt schon komm schon komm schon komm schon nein 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 so zurück rüber 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 Backtrick wenn combination Boah, kennt ihr noch dieses Spiel mit der Murmel und dem Kasten mit den Löchern drin? So ungefähr fühle ich mich gerade. What? Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. So, ich glaube, hier sind wir richtig. Ich rieche schon das Salz im Meer. Funk. Boah. Geht das? Ausprobieren. Boom, 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 boom. Oh. Ja, ich sterbe. Das ist mehr. Nein, so kurz vor knapp. Komm schon, aber diesmal. Das ist ja blöd, ich kann halt überhaupt nichts steuern. Nein, 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 nein Okay, das bringt mir anscheinend nüch't. Bringt mir das schon mehr was? Nö. Probieren wir mal den. Ja, geht's rein. Ah, mit dem aber. Geronimo! Ähm. Ähm. Oh Gott. Wie toll soll sich das steuern lassen? Gar nicht. Oh, verdammt. Oh Gott. Ich will aus diesem Glas raus, Digga. Oh, dieses Glas ist ja nur Krampf. Und da muss ich jetzt auch noch um die Kurve, ja? Ist es euer Scheißernst? Ist es euer Scheißernst? Das ist ja noch mal. Ganz klar. Oh Gott. Oh Gott. Wie soll sich das? Ich will ja noch mal. Oh Gott. Wie soll das machen? Holy fuck. Wie knapp soll's werden? Boah, hab ich mich verjagt. Mach doch sowas nicht. Ja. Richtig stabil das Zeug hier. Die Steuerung von dem Glas, ne? Ist abartig. Ist klar, Digga. Komm mal klar. Da hätte ich lieber wieder unter Wasser welten. Dreh dat Glas. Ja, super. Holy fuck, wie hoch sind wir? Ich seh das Meer, ich seh das Meer, ich seh das Meer. Meer will ich doch nicht. Kann man noch mehr wollen? Natürlich, mehr geht immer. Sorge, noch schlechte Witze. Einfach gerade. Einfach gerade. Genau, so ist perfekt. Checkpoint, Checkpoint. Kommt, einfach gerade. Gerade, hab ich gesagt. Gerade. Ich bin noch, ich bin erst fast über mir. Jetzt ist die Frage, da lang? Probier's. Mal schauen, was uns da erwartet. Moment. Just so. And then we just zap- Oh Gott, ist das dein Scheißernst. 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 Wow, das ist ein wunderschöner Goldfisch. Ein Goldfisch ist das. Alles klar. Das war jetzt die Goldfisch-Story, so gesagt. Jetzt können wir von denen die Storys machen, oder das? Jetzt mal bei denen müssen wir dann in diesen Fluss runter, in den Teich und dann irgendwie darüber ab in den Fluss durch. Da nochmal komplett durch die Stadt und da vom Feld aus. Aber mit denen kann man dann fliegen, ne? Ich glaube, das war der langweiligste, ne? Der Goldfisch. Naja gut, legen wir dann mal gleich los mit dem Hufflepuff hier, ne? hoh, hoh, hoh.